Schlimmer hätte der große Tag von »Hochzeit auf den ersten Blick« Braut Yasemin nicht starten können. Wird sie die Trauung trotzdem durchziehen? Es ist der absolute Albtraum. Bei »Hochzeit auf den ersten Blick« wurde er jetzt wahr. Denn mit welcher Horrornachricht Braut Yasemin am Tag ihrer Trauung mit einem Unbekannten aus dem Bett gerissen wurde? Das wünscht man wirklich nicht mal dem ärgsten Feind. Es sollte die Traumhochzeit werden. Die Kirsche auf der Sahnetorte des so aufregenden Liebesexperimentes bei Sat. 1. Seit Monaten haben Yasemin und ihr zukünftiger Ehemann Jochen, den die 31-Jährige erst vor dem Standesamt kennenlernen soll, auf diesen Moment hingefiebert. Doch am Tag der »Hochzeit auf den ersten Blick« läuft bei Yasemin nichts wie erhofft. Hochzeit auf den ersten Blick. Braut Yasemin erzählt vom Tod der Oma. Viertel nach vier hat mich meine Mama angerufen, erklärt Yasemin am Tag ihrer Hochzeit. Gerade wird sie für das erste Treffen mit ihrem zukünftigen Ehemann vorbereitet. Das Gesicht wird geschminkt, die Haare zurechtgemacht, das Kleid sitzt perfekt. Doch in der Saarländerin brodelt es. Denn hatte sie am Morgen, als das Telefon klingelte, noch gedacht, sie hätte schlicht verschlafen, ist es nun traurige Gewissheit. Meine Mama und meine Tante kommen nicht, die Oma ist gestorben, erklärt »Hochzeit auf den ersten Blick«, braut Yasemin. Was für ein Schock! Sie versucht, ruhig zu bleiben. Die so lang ersehnte und geplante Hochzeit soll auf jeden Fall trotzdem stattfinden. Yasemin weiß. Freude und Leid liegen oft so dicht beieinander. Gut, dass ihre beste Freundin ihr in diesen Momenten als Trauzeugin beiseite steht. Schlechtes Omen für »Hochzeit auf den ersten Blick«. Yasemin steht vor einer emotional schwierigen Aufgabe, weiß auch »Hochzeit auf den ersten Blick«, Expertin Doktor. Sandra Kühldorfer, sie vermisst ihre Mutter, aber muss sich emotional öffnen und sich freuen. Zusammen rufen Expertin und Braut noch einmal bei der Mama an. Per Videocall zeigen sie ihr das Kleid, die Frisur und das Make-up. Yasemin bricht in Tränen aus, weint in den Armen von Dr. Sandra Kühldorfer. Ob es ein schlechtes Omen ist, dass Mama nicht dabei ist? Man weiß es nicht, hadert die so hübsche Braut auf dem Weg ins Standesamt.